so heute möchte ich euch nur einen kleinen aber auf einen riegel vorstellen und zwar ist das sehr sehr gut geeignet für die masse phase gehören muskelaufbau denn dieser riegel hat 441 diese kleine regel hier besteht im endeffekt ist im endeffekt wie so ein zusammengemachter haferflocken kuchen hier steht es ja schon auch energy cake gibt es in verschiedenen geschmackssorten könnt ihr ganz einfach über amazon kaufen einfach energy cake eingeben das ist jetzt hier schoko karamell ist wie gesagt mit so einer dünnen lasur überzogen ich kann euch auf jeden fall sagen ich habe mittlerweile alle geschmackssorten getestet schmeckt alles gleich da das hier einfach nur mit einer dünnen lasur überzogen ist und der rest halt ja einfach nur so ein zusammengemachtes haferflockenzeug ist der aber sehr gut geeignet ist für euren muskelaufbau und dass ihr definitiv zunehmt wenn euch das schwer fällt so viel zu essen um auf eure tägliche kalorienanzahl zu kommen wie gesagt den kann ich euch auf jeden fall empfehlen könnt ihr ganz einfach über amazon kaufen ich meine dass einer ungefähr ein euro kostet und wenn ihr ein oder zwei davon am tag ist dann kostet euch das 2 euro am tag und wie gesagt dann könnt ihr auch überall mit hinnehmen unterwegs kurz naschen dann habt ihr auf jeden fall auch eure kalorien zu euch genommen und das war es auch schon mit dem video wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein like da kauft euch den energy cake und dann sehen wir uns im nächsten video peace